Sie betreten einen sicheren Bereich. So, wir sind im sicheren Bereich, da waren wir schon. Wir kennen uns aus. Und damit, hallo und willkommen zurück zu The Division 2. Ja, hier. Komm, da muss man ausrüsten, wie gesagt. Wir warten ja von seinem Freund, das ist noch online. Aber er kommt bald, soviel ich weiß. So, wir haben Charakter. Da gehen wir mal rein. Haben ein paar Waffen für uns. So, was haben wir denn da? Der ist schlechter. Die P416 ist schlechter. Die haben wir zweimal. Die zerlegen wir einmal, auf jeden Fall. Weil, so können wir Sachen spenden. Die ist eigentlich auch zum... Darf ich nicht zerlegen, ok. Schlechter, ganz schlecht. Ai, die weg, die kommen weg. Die kommen nicht mal in die Box. Die muss weg. Dann haben wir hier... Oh, oh, die wäre gut. Das ist unsere... 2,2... 2,4... Ai... Ja, aber kritische Trefferreichweite werden schon... Hm... Ja, die ausgerüstet. So... Du kommst weg. Das geht nicht anders. Dankeschön. Du kommst weg. Wir müssen hier ein bisschen zusammenräumen, weil das ist viel zu viel, was wir haben. Und das geht nicht. So, was haben wir hier? Ja, ach Gott. Nachladezeit ist ja der Horror. So... Das gibt's doch gar nicht. Alles weg. Oh. Oh. Nein, nicht bei mir. Ich bin da falsch in der Hinsicht. So, wir zerlegen die alle. Alle, die wir nicht brauchen, wenn zerlegt. Du auch. Wir haben uns aber in die Kiste legen, das weiß ich nicht zerlegen. Du bist auch noch zerlegt. Wieso nicht? Wollen wir nicht... So. Hallo. Da. So, ähm... Du bist eigentlich... Ich darf ihn nicht zerlegen. Wieso nicht? Ne, egal. Dann haben wir noch die, die... Und die haben wir ausgerüstet. Passt. Geil. So. Zurück. Äh... Gewand. Ne, da haben wir ja was Neues. Ein Käppi. Einen Feuerwehrhelm. Geil, sehr geil. Höhö. Nehmen wir den. Ne, da sieht man die coolen Haare nicht. Äh... Zurück. Was haben wir noch? Neue. Eigentlich. Eine Brille haben wir noch. Was ist denn das? Ah, ne. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht zur Tüche. Äh... So ist das eigentlich recht. Fisch. So. Was nehmen wir? Hosen. Haben wir neue. Ah. Ah. Ich bleib bei unserer. Die ist cool. Ja. 13. Schnick, schnick, schnuck. Ja, das kennen wir schon. Passt. So. Was haben wir noch? Wir haben ja hier noch einen Rucksack. Wollen Sie die Lage verbinden? Wollen Sie die Lage verbinden? Wollen Sie die Lage verbinden? Die gehen gar nicht. Die gehen gar nicht. Die können wir natürlich zerlegen. Das passt. Sehr gut. Alle weg. So. Und hier. Behälterfeldexperte. Behälterfeldexperte. Ja. Ähm. Hilf. Also. Muss mal drauf bleiben. Verstand. Oh. Hier gibt's zwei tolle Sachen. Und hier. In der Behälter gibt's ja geile Sachen. Handschuhwaffe. Ja. Cool. Wir haben Waffen. Was haben wir da jetzt bekommen? Stufe 3. Schaden minus. Ist ja die gleiche. Nur Stufe 3. Wieso ist die schlechter? Die ist neu. Und die kommt gleich weg. Die ist schlecht. Die hat ja gar nichts. Die hat ja echt. Die kommt auch gleich weg. Die AK. Brauchen wir auch nicht. Ja. Die können wir eigentlich auch weg dann. Brauchen wir nicht so viel Waffen. Dann. Die darf ich nicht weg dann. Die ziehen wir uns auf. Passt. Handschuhe haben wir bekommen. Stufe 3 Handschuhe. Natürlich rüsten wir die aus. Geht gar nicht besser. Schön sie zu sehen. Ja. Schön sie auch zu sehen. Weißt du nicht was sie sind. Aber schön sie zu sehen. So. Hält mal. Und dann haben wir noch Knieschoner. Uh. Obwohl die alten stylischer sind. Aber ja. So. Danke. Jetzt haben wir uns da mal ausgerüstet. Was ist das eigentlich? Ähm. Naja. Egal. 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 So. Das hätten wir. Jetzt gehen wir mal zur Kiste. Wo ist denn die Vorratskiste da drin? Oh jetzt sind wir fesch. Schaut euch das an. Boah. Cool. Jetzt sind wir echt cool. Cooler geht es fast gar nicht. Hahaha. So. Wir müssen es lagern mit uns. Da haben wir Waffen. Ich möchte gleich was einlagern. Ähm. Mein Inventor. Dich. Würde ich. Gleich. Äh. Nöp. Einlagern. Also wer red? Nein. Hä? Du darfst nicht einlagern? Egal. Ist ja egal. So. Das heißt wir könnten hier eventuell spenden. Hier. Theater. Ähm. Theater. Blaupausen. Spenden. Spenden. Verdammt. Können wir nicht. Können wir doch nicht. Können wir doch nicht. Dann noch umbauen in die Runde. Da ist ein Runde. Justin Boat. Hey Agent. Schatz mal. Wie geht es den Botanikern hier? Alles klar. Wir haben da sogar Nilpferde. Ja. Schaut gut aus. Was haben wir da drüber? Na 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 na. Ah. Ja. Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Michael Davis. Uwe ist nicht schwanger. Ich wollte schon sagen die schwanger. Aber sie ist es nicht. Da hätte ich mir jetzt. Ja. Ist reingehandelt gerade. Zum Glück habe ich aufgepasst. So. Was haben wir hier? Gibt es eigentlich auch nichts. Hier. Hintergebe dem. Wink ihm. Ja. Es wird gelaufen. Schade. Ich hätte ihn gern gewunken. Aber so nicht. So. Und ich kann noch ein Lager. Jaja. Lager haben wir so genug. Das sind wir hier. Das ist noch nicht besetzt. Mei mei mei. Ist das schade. Einige Sachen werden auch nicht besetzt sind. Wollen Sie sehen was ich habe? Ja natürlich will ich das sehen. Was hast du denn in den Rucksack? Kann ich das vergleichen? Mit G. Sieht gut aus oder? Ja das ist meine. Das ist ausgerüstet. Ausgewählt. 165 Coins. Ich habe 100. Ich könnte ihm alles nicht leisten. Nee. Ich könnte verkaufen. Verkaufen. Rucksack. Oder dich. Nee. Beides nicht. Somit. Ja. Alles was geschehen. Dann gehen wir mal runter. Und schauen ob wir unten noch was finden. Was interessant wäre für uns. Jedoch. Glaube ich nicht. Dass da unten. Was ist. Ja. Hallo. Schneller. So. Was haben wir hier denn? Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist SKKB. Hier ist West East South North. Patroule. Waffe. 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 Rucksack. Wo geht's hier hin? Wo geht's raus? Nein. Das wollen wir noch nicht. Warten wir noch kurz. Da kommt der Kollege ja gleich. Hier geht's noch rein. Wo geht's nicht runter? Wo geht's denn da hin? Oh. Hier geht's auch raus. Okay. Gut. Wieder zurück. Gehen wir nicht raus. Da vorne geht's. Auch noch raus. Gut. Schade. Das wollen wir jetzt noch nicht. So. Hier hoch. Schauen wir was oben los ist. Aber hier ist eigentlich nichts. Ich glaub das hier wär etwas für Sie. Ich hätte gerne in die Projekte was investiert. Aber das kann ich ja nicht. Ich hab ja nichts. Jetzt. Postpanzer spinnen. Fremdlich ergutete. Attalysieren. Handschuhe spinnen. Öffentliche Hinrichtung unterbinden. Aha. Ne. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Aber gut. Was haben wir hier eigentlich? Das hier sieht. Ja. Hier haben wir noch hier. Siedlungsfortschritt. Stabilität. Hammer. Ähm. Projekt. Jugendgruppe ausrüsten. Projekt Bergungsteam. Batterielager. Wasserfiltern. Spielecke. Verwenden die von den Solarmodulen und Zeugenergie gespeichert werden kann. Verfügt die Siedlung noch bei schlechtem Wetter über eine Unterbrechungsfreisturmversorgung. Schließt ein Nebeneinsatz ODEA-Geschäft ab. Alles klar. Kooperation, Solidarität, Zielstrebigkeit. Ja. Na wo ist er denn? Wo ist er denn, der Kollege? Gibt's doch gar nicht. Das ist aber in halbem Geschriebensekund. So. Wo war denn das? Ja. Das war schon. Stimmt, wir knutzert. Oh. 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 Warten wir mal. Wir könnten aber auch theoretisch. Nein, wie nix. Ich will runter. Theoretisch könnten wir auch. Ganz kurz mal los den Spick tappen. Was machen muss. So. Geht schon wieder. So. Und? Was ist da jetzt? Ich glaube er kommt. Ist der Weg. So. Da gibt's auch Gemüse. Cool. So. So. Wie vor er kommt. Wir haben uns noch kurz fit halten. Das muss sein. Da wird Musik gemacht. Die kleine Stadt in der großen Stadt. Auch nicht schlecht. So. Mal hier hoch. Stellen uns hier hin. Dass alle mitmachen können. Und machen Selfie. Oh. Meine Hand jetzt. Kannst du jetzt ein Selfie machen? Ja. 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 So. Hampelmann. Los. Für die Fitness. Für die... Oh. Für die Fitnesser. Er muss fit sein. Er muss fit sein. Er muss fit sein. Es geht nicht anders. Schneller. Schneller. Ähm. Mal grüßen. Okay. Dann haben wir noch Sterre, Stein, Papier. Stein. Haben wir gewonnen. Sehr gut. Winken. Das ist winken. Alles. Klatschen. Klatschen. Kennen wir. Aber warte jetzt mal. Wir können ja... Ja. Ah. Fortschritt. Wir haben ja Fortschritt. Der Haupteinsatz. 7%. Aktiv. 14%. Ja. Nebeneinsatzte. 0%. Projekte. 0%. So. Hier. Jefferson Trade Center. Community MLB. Dachgarten. Büro von Odea Tech. Dann haben wir noch DC. gefunden. Das Bildmaterial. Hier. Hygieners. Ist das ein Scherpo? Keinen Schritt mehr. Das wird leicht. Was hast du für ein Problem? Hau einfach ab, ja? Wir wollen keinen Ärger. Willst du mal sehen, was ich drauf hab? Leute, vielleicht sollten wir gehen. Geil! Auf keinen Fall! Hey! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ja. Das ist nicht nett. Funksprüche. Hier das. Hammer 1 und 9. Ja, den haben wir uns jetzt kurz an. Wo sind die Gefangenen? Mich hat die gejammer genervt. Also hast du sie gehen lassen? Nein, hab ich nicht. Du Idiot! Wir wollten die eintauschen! Ach was! Und was wirst du Diesel sagen, wenn er fragt, warum du sie getötet hast? Ich hab sie nicht getötet. Das waren die Hunde. Welche Hunde? Keine Ahnung. Hunde halt. Ich kenn die Namen von denen nicht. Aber die waren wohl verdammt hungrig. Ohne Scheiß. Kaum hatten die Blut gerochen. War Omnomnomzeit. Du dämliche Wichsbirne! Egal. Diesel wird eh nichts machen. Außer sich ein bisschen aufplustern. Ja, nicht schlecht. Was haben wir noch? Theater. Abhängig. Tote Briefkästen. Alles klar. Eins haben wir noch. Wo? Was haben wir hier noch? Das gibt's ehrlich. Ah, hier. Da müssen wir das auch noch abixen. Alles klar. Da ist nichts. Da ist nichts. Hier ist noch was. Danke. Wo ist hier was? Ah, hier. Artefakte. Was haben wir denn? Weißkopf-Hadler. Schneekugel. Erkrankungsvetter haben wir nicht. Kunstwerke haben wir keine. Relikte haben wir ebenfalls nicht. Datenbank. Faktion hier. Ja. Schauen wir uns das. Industrie, Musee. Hallo. Achso, das sieht man nicht. Hier eine Sprinterin. Organisationen. Das Theater. Zentrale Profile. Alin Kelso. Zivilipöl. Eleonora. Oder ist das so? Hält man das auch? Was haben wir noch bei Ubisoft? Darkzone. Ja. Ubisoft halt. Fatschritt. Ja, das ist Ubisoft. Ist okay. Ein Freund anladen. Da ist er ja. Wieso kann ich jetzt hier nicht einladen? Ach Gott. Das gibt es doch nicht. Wieso kann ich ihn nicht einladen? So, probieren wir es nochmal, Freunde. Hier. Zack. Gruppe einladen. Hallo. Wieso? Wieso? Wieso geht das wieder nicht? Weiß ich nicht, wo mir nicht geht. Wieso? Ja, das auch nicht. Ich will dich in die Gruppe einladen. Das geht nicht. Ja, ich bin noch nicht im Spiel. Achso. Achso. Ja. Ja, Mann, dann trainier ich nochmal. Warte. Warte, warte. Warte. Lass. Training. Muss fit sein. Was wird Training? Na ja, Hauptbewohnen. Achso. Muss mich fit halten. Achso. Das war sauber. Das lange nicht. Ja, da habt ihr auch noch gehen, habe ich gesehen. Ja, das habe ich auch runterladen müssen. Das hat ein bisschen seinen Anspruch genommen. Ich habe ihn mal neu ausgerüstet. Ich bin jetzt der George Clooney von Washington. Okay. Find ich cool. Mir fehlt nur die Nespresso-Kapsel. Die kriege ich auch irgendwie nicht. Nein, da wollte ich nicht hin. So. Du müsstest die auch da auftauchen, wo ich bin theoretisch. Da kann ich zurückgehen. Ist ja geil. Kann ich zurück hopsen. Oh. Alles klar. Ha. Wieder was gelernt. Ist er schon da? Ja. Geh. Ladet. Ist ladet. Ist ladet. Ja. Er juckt mich gleich der Saug. Schreckig. Vor Ladetätigkeiten. Neue Fettigkeiten. Angegert. Also. Was habe ich gemacht? Neue Fettigkeit der Operationsbasis. Ist verfügbar. Ich will nicht in die Operationsbasis gehen. Ne, machen wir noch nichts. Einen Rucksack habe ich gekriegt. Einen Rucksack. Einen Rucksack. Oh, das ist der Rucksack. Wo ist der Rucksack? Hä? Bekleiden? Ist das gerade der Rucksack? Nö. Da wollte ich aber hin und durchschauen. Was ist das? Was ist das? Statt dem. Und statt dem. Ich habe zum Beispiel... Ah, cool. Ich habe uns etwas Neues reingelegt. Wo? Ach, geil. Ist das so nötig. Ich kann jetzt auf die Ferne schauen. Wunder, dass ich durchschau. Ich kann einen Moment bitte deuten. Einen was? Einen Moment bitte. Ach ja. Das schaut so aus, als hätte ein USB-Kopfhörernkopf und telefoniert. Okay. Schau mal, das ist Leidner, die was. Muss ich zugeben. So, da ist es auch.